Es klingelt zur Pause, nein, schon 13.10 Uhr, ich pack meine Sachen, da kann ich ja gehen. Drei Blöcke, sechs Stunden, was ist schon dabei? Ich pack meine Sachen, da bin ich dann frei. Das ist der Oberstufenblues, oh yeah, OSZ-Blues. Bin ich dann zu Hause, ist endlich soweit. Ich kann tun und kann lassen, hab nur noch freie Zeit. Tu gern korrigieren, den Rotschrift gespitzt. Stundenvorbereitung, das ja alles sitzt. Das ist der Oberstufenblues, oh yeah, OSZ-Blues. Ich sitz oft zehn Stunden, ab zwölf wird's sehr schön. Herzkreislauftabletten, es wird ja noch gehen. Das ist der Oberstufenblues, oh yeah, OSZ-Blues. In der letzten Woche, um 13.08 Uhr, die Schüler gehen früh her. Aber einer hält wacht, der Chef ist jetzt sauer. Er ruft mich nach vorn. Was soll das bedeuten? Spricht er voller Zorn. Das ist der Oberstufenblues, oh yeah, OSZ-Blues. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Boone-oh-oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war nur ein Liedchen, alles gar nicht wahr. Erstunken, erlogen, Leute, ist doch jedem klar. So'n Job ist doch easy, Probleme gibt's kaum. Drum gibt's nur Begeisterung, hier in jedem Raum. Das war der Oberstufenblues. Oh yeah, oh I said blues. Oh yeah, oh I said blues. Oh yeah, oh I said blues. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Vielen Dank.